Hallo, ich bin Heime und komme aus Peru. Ich habe zwölf Geschwister. Ich bin elf Jahre alt. Mein Lieblingsessen ist Maisplätze. Ich stehe um 5.30 Uhr auf und dann decke ich mein Bett. Guten Morgen, es gibt Frühstück. Kannst du Auto waschen? Danke. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Ja, Frau Baumbach. Der Unterricht ist beendet. Juhu! Ich habe Geld verdient. Sehr gut, hier hast du deine Belohnung. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Niam, 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 niam. Ginger-Akander, alsb�ps. Musiker-Akander, alsb�ps. Ja, ich gehe mal inner- 밀mitt использhales.